Autohaus Brüning in Delmenhorst, Ihr Verkaufspartner für Fiat Pkw und Fiat Transporter sowie im Service für Alfa Romeo und Wohnmobile. Wir bieten Ihnen seit über 80 Jahren einen hochwertigen Service rund um Ihr Fahrzeug. Unsere Verkaufsberater beraten Sie in einem angenehmen Ambiente über die aktuellen Fiat Modelle. Auch bieten wir Ihnen gerne flexible Finanzierungs- und Versicherungsmöglichkeiten unserer Finanzpartner an. Wenn es um den Service Ihres Fiat, Ihres Alfa Romeos oder Ihrem Wohnmobil geht, stehen Ihnen unsere geschulten Kundendienstberater und qualifizierten Kfz-Mechatroniker mit modernster Diagnosetechnik zur Verfügung. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.fiat-brüning.de.